Hier haben wir Ebbets, Konter, Möglichkeit in Unterzahl, Bodenmann kommt mit und er trifft Tor, Shorthander, 21. Minute. Da ist das erste Tor in dieser Partie und gedauert hat es nur 34 Sekunden. Helbling, Pettersson, Scheibe nicht pfannenfertig, vor die Schaufel bekommen, Ulmer, Ablenker und dann Mortenson, Tor, Ausgleich, 1-2-1. Toni Mortenson steht daneben, doch mal wieder goldrichtig, reagiert am schnellsten auf diesen Abbraller bei Stepanek. Der Sanitz verpasst hier knapp. Dann ist es Chiesa. Und Tor! 2-2-1 für den HC Lugano. Lapierre hat wohl noch abgelenkt. Chiesa mit dem Abschluss in der 38. Minute. Bodenmann. Und dann der Abschlusszieher von Andrew Ebbets. Wieder die Berner und die Scheibe. Es drehen zu. 2-2. Andrew Ebbets in der 47. Spielminute. Scherwe. Und die Scheibe im Tor! Dezze Bern gewinnt. 3-2. Tristan Scherwe, der Torschütze. Siebzigste Spielminute. Tristan Scherwe sorgt für die Entscheidung. Wie schon im Hauptfinale gegen den HC Davos. shica raus. AG-1. Einmaler bei Mercedes. Königste Michelinerson Level kl Algars. Fertilwann wir uns nur wieder. Da wird einen D мира Thanks Terminος. Das ist eine Interm tying defeat.